hallo und herzlich willkommen zurück zu starstable ich zeige euch zehn arten von klamotten style die es in starstable gibt denn wir kennen sie nicht jeder hat so seinen eigenen klamotten style und vielleicht auch manchmal zwei oder drei andere vorlieben ich wünsche euch ganz viel spaß dabei nicht aus liebe feinen es gibt auf erden nicht nur den einen es gibt so viele auf dieser welt ich liebe jeden so 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ich hoffe euch hat das video ein bisschen gefallen und ich möchte mich ganz recht herzlich bei den helfern bedanken die mir bei diesem video geholfen haben und ich hoffe ihr habt auch noch lust auf weitere videos mit zehn arten von denn ich habe dann noch einige geplant es kann nur immer ein kleines bisschen dauern bis es soweit ist dass die fertig sind weil es doch ein bisschen schnippelarbeit ist und ich hoffe ihr habt auch lust auf eventuell einen zweiten teil von zehn klamotten arten denn es gibt so unglaublich viele davon dass ich gar nicht weiß wo ich anfangen soll und aufhören soll und ich hätte eigentlich noch mehr arten dazu nehmen können aber ich glaube sonst wäre so das video doch ein bisschen zu lang und unübersichtlich geworden und deswegen meine frage an euch zweite teil von klamotten style ja oder nein und die wichtigste frage von allen was ist eigentlich euer klamotten style schreibt es mir einfach in die kommentare und dann sehen wir uns das nächste mal wieder also bis zum nächsten mal und auf wiedersehen bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020